Wieder Anna. So, da fehlt jetzt noch ein bisschen Glas für die Ecke und sonst haben wir das hier unten eigentlich. So, da kommen nochmal Sekzen, Sekzen, hab ich gesagt. Ich fahr nochmal so ein bisschen Sand, wenn irgendwo, irgendwo, wo es nicht weh tut, dann könnten wir da. So. Okay, 36 Sand, ja gut, ist jetzt nicht der Oberburner, aber geht ja. Okay, mach ich jetzt einfach mal provisorisch. Ah, ihr legt ja schöne Eier hier, brauchen wir noch alles für den Kuchen. Ich brauch dafür natürlich noch so ein paar Eier von euch. Ein Huhn ist da hinten, tut mir leid, liebes Huhn da hinten, aber du hast es leider jetzt nicht geschafft. Tut mir leid. Aber ein Ei hat es gelegt, vielleicht wird das Junge ja in einem Teasergehege, na kein Junge, schade. Möchtet ihr Sitz, oh mein Gott, möchtet ihr Sitz haben, nachher, ne, also können wir, ja, wenn das dann alles gewachsen ist, Getreide. Dann machen wir das. So, Sand, wo haben wir denn Sand? Sand haben wir in der Truhe. Sand haben wir da. Achso, haben wir das, ja, sechs Glas haben wir draus. Müssen wir aber trotzdem nochmal in die Werkbank. Ob 16 Glasscheiben reichen, weiß ich, aber ich glaub, ich glaube, ja. Wobei ich mir doch wieder nicht ganz sicher bin. Natürlich, auf die Eins genau reicht's nicht. Danke. Schön. Das ist schön, jetzt müssen wir mal 16 Glasscheiben machen, natürlich. Das mache ich dann wann anders. Ich glaub, wir sollten da mal eine Werkbank im Haus gebrauchen, könnten da mal eine Werkbank im Haus gebrauchen. Aber wir wollen hier in die Ecke. Um erstmal wieder ein paar Treppenstücken zu machen. Wir setzen jetzt aber mal hier hin, dann machen wir eine Kabel, die ist da unter. Ich glaube, ich glaube, ich werde hier nicht im Haus gebrauchen. Also, ich glaube, ich würde mich nicht verstehen, wenn ich dann nicht mehr draufстановiere. So. Das dauert natürlich jetzt länger ohne Axt, aber naja, gut, das überleben wir ja auch noch, ne? So, 5 ist die Hälfte davon, also von dem mittleren Schritt. Ja, jetzt wird es schwierig, das 0,7 dann. 3,5, aber 0,5 kann ich ja nicht im Block. Ich kann ja mal gucken, als könnte er die Mitte hier nehmen. 2, 3, 4, 5 bis hierhin. 1, 2, 4, 3. So. Wird zwar ein enger Raum hier oben, aber dafür ein schöner Balkon. So. Wird mal, haha, Mann. Hm, die Tür hat es falsch gemacht. Tut mir leid. Ist ja die ganze Seite hier. Nein, nicht so. Okay, das haben wir nicht. Na gut, Drahtgestell hier so ein bisschen. Drahtgestellart, ne? Aber wird, glaube ich, auch schon, ne? Da bin ich ziemlich sicher, dass das hier wird. So, ich möchte jetzt ein bisschen mal Holz haben. Ich habe aber auch genug Holz hier für alles. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Genug Holz ist immer da. So. Haben wir noch Holzplanken übrig? Ups, da ist mir da mein Stipsel ausgefallen. So, der ist nervig. Ich schalte gleich echt um zum Kopfhörer. Der ist echt nervig. So, hier haben wir natürlich noch Holzplanken. Oh. Oh. Haha. So. mal eben schnell erledigt. Ich wollte nämlich immer noch bauen. Weil hier schlafen würde ich auch gerne hier so einen Schlafzimmer haben. Einfach mit diesem schönen Balkon. Ah ja, ja, so. So. Wir müssen eh noch mal Sand braten, deshalb gehe ich noch mal kurz runter. So, was ist das denn für eine schräge Musik? Das... Gefällt mir. Gefällt mir. Boah, geil. Schön. Was ist denn das? Hört sich gleich französisch an. Na 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 Hmm. Shoot. das gefällt mir richtig gefällt mir also muss sagen respekt kenne ich aber irgendwo her also aus filmen kenne ich irgendwie sowas aus solchen zeichentrickfilm da kenne ich sowas ja so ist hier niemand schön ich habe immer zwei schlitzige fenster gemacht so der rest fehlt dann noch und dann haben wir das das müsste aber nicht mehr so viel sein ich würde sagen wir mal sechs stück und dann warte ich noch mal kurz ab ach neun haben wir jetzt wieder auch schön so dass man mit an dahin des kompieren und der rest kommt da und das kommt da haben wir noch zwei so hier fünf vier und drei weg schön da haben wir jetzt hier englisch so einen kleinen bereich hier und den balkon den balkon dann müssen wir mal gucken sagen mache ich aus normalen holz da muss aber mal so ein bisschen zauber zum holz passt schön und darauf kommt jetzt noch ein schräges dach und dann haben wir das also so ein leichtes schräger dann haben wir jetzt noch im kreis wir erst mal so auf der anderen seite auch dann leuchtet es manchmal mal so das sind wahrscheinlich die lava sehen